Connecting, Connecting, wir sind live! Ich freue mich! Also ich konnte es jetzt nicht abwarten, ich habe gesagt, es ist eine Minute davor, ich gehe jetzt einfach live. Also im Hintergrund ist mein Team. Wenn ich eine oder die andere Frage überlese, ich hoffe, dass ihr mir die wichtigsten Fragen immer wieder rein stellt. Denn heute haben wir zwei super spannende Themen. Das eine ist Kollagen für die Haut, einmal von außen und von innen. Was tut es für deinen Körper? Was für eine Art von Kollagen solltest du verwenden? In der Hautpflege oder auch in der Nahrungsergänzung. Und gleichzeitig natürlich auch Abnehmen. Abnehmen ist immer ein riesiges Thema, auf jeden Fall für mich. Ich weiß nicht, wie es für euch ist, aber ich habe so viele Fragen immer in Bezug auf Abnehmen und wie hältst du dein Gewicht und wie war das bei Let's Dance. Und ich bin in der Zeit auf etwas gestoßen und wir haben daraus ein Produkt entwickelt. Aber das erkläre ich euch gleich und das hilft mir total. Ich freue mich für euch da zu sein. Wieso sind wir heute live? Und zwar, wir hatten bei Höhle der Löwen jetzt die letzten Tage, es war ein Megastress, es war unglaublich viel los und ich hatte super viele Kosmetikanfragen von euch. Und ich habe mir gedacht, am Samstagabend muss ich mir ein bisschen Zeit für euch nehmen. Und jetzt bin ich für euch da. Fangen wir doch an, mit welchem Thema? Frage ich mal gleich, mit welchem Thema sollen wir anfangen? Für mich ist eines der wichtigsten Themen natürlich die Hautpflege, aber ich glaube, dass für die meisten das Thema Abnehmen ein riesiges Thema ist. Und eine Frage an euch. Kennt ihr Glucomananen? Die meisten werden es wahrscheinlich kennen als ein Ballaststoff und man weiß, dass Glucomananen aufquillt. Es gibt Glucomananen in unterschiedlichsten Formen. In Pulver und vor allem auch in Formen von Nudeln, die mir leider nicht so gut schmecken. Aber mit dem Pulver komme ich super gut zurecht und es dämpft den Hunger ungemein. Und ich zeige euch jetzt ein Produkt, das wir entwickelt haben vor ungefähr zwei Jahren. Und super, super erfolgreich, weil es sättigt dich enorm. Gleichzeitig ist Chrom drin und man weiß ja von Chrom und Eisen, dass es die Fettverbrennung extrem unterstützt. Aber es geht los. Achtung, meine Lieben. Es nennt sich Body Shape Drink. Und das sind so kleine Tütchen, die sehen so aus. Das ist Glucomananen, das ist die Kognakwurzel. Die hat nämlich ungefähr 25 Prozent Glucomananen. Glucomananen, ich muss mal kurz die Schere holen, hier drüben. Glucomananen hat die Fähigkeit, ganz, ganz viel Wasser zu speichern. Ich schneide das Säckchen auf. In dem Paket, was ich euch jetzt zeige, sind 30 Säckchen. Vor allem, wenn ich reise oder wenn ich bei Hülle der Löwen bin, dann sitze ich von morgens sieben bis abends manchmal um zehn. Am Donnerstag kamen wir bis zehn Uhr gedreht. Ich glaube, ich hatte auf meiner Uhr 700 Schritte. Da ist der Gang zum Badezimmer übrigens schon gerechnet. Und grauenvoll für die Figur. Aber was hilft mir, dass ich weniger esse, weil du hast eigentlich ständig Hunger. Vor allem, wenn man viel sitzt, kann man ja Schokolädchen hier und so weiter und so fort. Und das hilft mir enorm, weil es sättigt enorm. Du nimmst ein Glas Wasser, ungefähr 200 Milliliter. Rührst das Pulver ein. Es verdickt und deswegen musst du schnell sein. Wenn du hingehst, schnell umrührst. Und das Ganze schmeckt so ein bisschen nach Grapefruit. Es ist übrigens auch, was Glucomanan macht. Es kann Fette in deinem Körper binden. Also wenn du mal Currywurst, Pommes etc. Ist sehr gut, wenn du auch weißt, du bist eingeladen und die kocht immer ein bisschen, sage ich mal, fettreicher. Dann kannst du vorher so einen Beutel Glucomanan trinken. Und dann hilft es deinem Körper einfach die Fette. Also das Glucomanan nimmt die Fette auf und du scheitest sie aus, ohne sie zu verdauen. Nimmst es und trinkst es übrigens. Gibt es Fragen schon zu Glucomanan? Muss ich mal ganz kurz fragen. Schmeckt übrigens sehr, sehr lecker nach Grapefruit. Und sehr erfrischend. Und du trinkst das ganze Glas hinunter. Ich lasse das jetzt mal stehen, weil dann kann ich euch nachher zeigen, wie es verdickt. Und dann bleibt es lange in deinem Magen. Mir hilft zum Beispiel, wenn ich, wer von euch macht dieses Intervallfasten? Das fällt mir übrigens wahnsinnig schwer, weil ich gerne so ein Zwischendurchesser bin. Aber das hilft halt, weil du natürlich dann super, super satt bist. Und du kriegst insgesamt 30 Säckchen. Und kannst sie immer mitnehmen, auch nachmittags, wenn du ins Loch fällst. Wenn du zum Beispiel, ich krieg immer so um 15, 16 Uhr, ich kann beinahe die Uhr danach stellen, so einen richtigen Heißhunger, wo ich denke, oh, Tafel Schokolade, Chips, Gummibärchen, egal was. Manchmal noch ein altes Osternest. Es ist August und ich suche die alten Osternester. Wie bescheuert kann man eigentlich sein? Und da hilft mir nämlich Glucomanan, weil es sättigt. Und es hilft natürlich eben auch, sag ich mal, bei dem Blutzucker. So, hilft es gegen Jojo-Effekt, ist eine Frage. Es hilft gegen Jojo-Effekt in folgendem Maßen. Wenn du so ein Heißhunger-Attacken-Mensch bist. Ich kann hier schreien. Und ich kann wirklich dreimal hier schreien, ehrlich gesagt. Und wir sind prädestiniert für Jojo-Effekt. Nummer eins, ich esse wahnsinnig gerne. Ich habe unregelmäßige Arbeitszeiten, als die Kinder klein waren. Das war auch, dann vergisst man mal Essen. Dann hat man einen Riesenhunger, dann isst man plötzlich viel, viel zu viel. Und Glucomanan ist übrigens auch sehr gut für den Blutzuckerspiegel. Also ich finde ja, es hilft gegen Jojo-Effekt. Mir hilft es einfach, meinen inneren Schweinehund besser zu bekämpfen. Weil, wenn ich sage, ich nehme am meisten ab, wenn ich abends einfach nichts esse. Abends weglassen, Zucker weglassen. Womm, es purzeln die Pfunde. Und nicht abends sagen, ich esse dann nur ein Brötchen mit Salami und Butter oder Margarine oder was auch immer. Sondern wirklich abends und dieses Intervallfasten machen. Das ist das Beste. Übrigens, es gibt einen Haufen wissenschaftliche Studien davon. Wenn ihr jetzt bei uns auf der Website seid, dann könnt ihr ganz einfach bestellen, wer bestellen möchte. Für die anderen bin ich natürlich sehr gerne da, um noch ein bisschen was über Glucomanan zu erzählen. Wenn noch Fragen sind, stellt mir eure Fragen noch zusätzlich. Fragt mal mein Team. Lissi, gibt es noch Fragen zu Glucomanan oder alles okay? Alles okay? Alles okay. Sehr gut. Wunderbar. Ich würde ganz kurz ein weiteres Set zeigen, weil ich weiß, dass ganz viele aus dem Beauty-Bereich mehr über Kollagen wissen wollen. Und man hört Kollagen immer wieder. Es ist eines der größten Buzzwords in der Kosmetik. In meinem Alter ist Kollagen wichtiger denn je. Und wir alle wissen, dass Kollagen sich durch Sonne oder Rauchen oder Alkohol sozusagen viel stärker beschädigt. Am stärksten durch die Sonne. Viel trinken ist übrigens auch wichtig. Und viel trinken kostet wenig Geld. Wasser ist nicht ganz so teuer. Und das macht schon einen riesen, riesen Unterschied. Ich hoffe, eure Fragen sind zu Glucomanan übrigens beantwortet worden. Eine Frage der Anwendung haben wir allerdings noch. Und dann komme ich gleich zu Kollagen. Deswegen, das sind 30, du kannst morgens eins nehmen vor dem Frühstück, wenn du ein großer Frühstücker bist. Ich mache es nicht so, dass ich es morgens vor dem Frühstück nehme, weil ich habe morgens nicht so viel Hunger. Aber es gibt ja Leute, die stehen morgens auf, die haben einen Hunger und wollen dann gleich loslegen und wollen gleich, sag ich mal, ein Omelette, ein Joghurt, zwei Marmeladenbrötchen oder was auch immer. Bei mir geht es so ab mittags los und dann hört der Hunger bis abends nicht mehr auf. Dann könnte ich ihn einem durch. Deswegen mache ich es so, dass ich morgens einfach einen Tee trinke, Zitronenwasser, um meinen Körper in Schwung zu bringen. Und dann nehme ich so ab 10, 11 Uhr ein Beutelchen hiervon, weil dann esse ich nämlich beim Mittagessen schon einen Hauch weniger. Und wenn ich weiß, heute gibt es Lasagne oder ich gehe mit den Kindern Pizza essen oder sowas, dann kann das Glucomannan nämlich einiges von dem Fett aufnehmen, was ich nämlich danach zu mir nehme und es sättigt mich schon vorher. Ich finde es mega praktisch, weil du isst weniger und es ist leichter für deinen Körper abzunehmen. Übrigens ist auch in zahlreichen wissenschaftlichen Studien absolut belegt und zwar, wenn du 3 Gramm Glucomannan zunimmst, dann ist bewiesen, dass man dadurch abnehmen kann, auch gerade bei übergewichtigen Leuten, weil es eben diese stark sättigende und fettabsorbierende Wirkung hat. So und dann nehme ich noch ein zweites Beutelchen übrigens, so circa am Nachmittag, wenn der Heißhunger kommt und das hilft mir dann circa bis abends, wenn ich richtig schlimmen Hunger habe, nehme ich abends nochmal ein Beutelchen und das verhindert, dass ich nachts, weil ich arbeite gerne abends spät, dass ich, wenn ich am Computer sitze, sage, ich mache mir jetzt noch ein Brot oder hole jetzt schlimmsten Fall aus der Kühltruhe eine Pizza und schmeiße die in den Ofen, nicht gerade empfehlenswert, da hilft es mir dabei. So, wer auf der Website ist, kann gleich bestellen und für die anderen ist es einfach ein Tipp und könnt ihr schauen, die sind übrigens wieder vorrätig, weil die waren lange, lange Zeit ausverkauft und ich hatte so viele Fragen von euch, wann kommen die Glucomannan-Säckchen wieder, die auch Eisen und Kupfer und alles mögliche für deinen Körper haben, das unterstützt. So, es gibt Fragen. Kann ich das statt einem Eiweißshake nehmen? Ah, das ist eine super Frage übrigens. Ich bin auch ein Fan von Eiweißshakes, aber nur von solchen, die keinen Zucker haben. Bei Eiweißshakes musst du unbedingt die Insies lesen, was ist da drin und vor allem, was für eine Art von Eiweiß ist, weil Kollagen ist ja auch ein Eiweiß, ist ja extrem wichtig. Da kommen wir nämlich jetzt gleich zu. Aber Eiweißshakes wirken anders. Eiweißshakes sind natürlich sättigend, weil sie eine Mahlzeit sind. Du isst danach hoffentlich kein Salami-Brot und sagst so und jetzt esse ich noch die Fischstäbchen und das dazu, sondern Eiweißdrinks sind ein Mahlzeitenersatz. Das hier, die Glucomannan-Beutelchen, die sind dazu da, dir zu helfen, weniger zu essen. Weil selbst wenn du gesund isst und du isst zu viel, dann nimmst du einfach zu viele Kalorien zu dir. Und das, ich esse eigentlich immer gesund. Ich esse selten, sage ich mal, jetzt eine Pizza, außer wenn wir mit der Familie unterwegs gehen, würde mal sagen so zwei, dreimal im Monat. Ich liebe allerdings auch ein bisschen Fast Food. Da ein bisschen habe ich einen Hang dazu. Aber ich versuche mit Disziplin mich da fernzuhalten und ich trinke jeden Tag meinen Selleriesaft. Aber Glucomannan ist eben da, um deinen Hunger zu stillen und dir zu helfen, weniger zu essen. Es ist kein Eiweißshake. Was du aber machen kannst, du kannst zuerst Glucomannan trinken und dann dein Eiweißshake, damit du wirklich satt von deinem Eiweißshake bist. Weil viele essen ja einen Eiweißshake und haben danach immer noch Hunger. So, es gibt noch eine Frage, ich muss gucken. Stefan, halt nochmal hoch. Noch fünf Minuten. Ah, okay, gut. Okay, jetzt. Jetzt komme ich aber zu Kollagen. Sorry, wenn ich rumgetan habe, aber ich finde es eine der genialsten Dinge, die es gibt. Wir haben in Sachen Kollagen ein paar Missverständnisse. Meistens merke ich das bei Kunden, die mich fragen oder an den Fragen, die ihr mir stellt. Kollagen, es muss ja tierisches Kollagen sein. Was ist Kollagen überhaupt? Wo kommt es vor? Welche Art von Kollagen ist gut für meine Haut? Also generell können wir sagen, dass du in deinem Körper circa von allen Proteinen 25% Kollagen hast. Und das ist extrem wichtig, weil es ist, sage ich mal, der Halt für dein Bindegewebe. Und Kollagen wird angegriffen durch Sonne. Man kriegt schneller Zellulite. Kollagen wird angegriffen durch wenig Trinken, durch zu viel Alkohol, zu viel Party, zu viel Stress, zu wenig Schlaf. Also viele verschiedene Gründe. Man kennt heute ungefähr 28 Sorten von Kollagen in unserem Körper. Das wichtigste Kollagen für die Haut ist Kollagen Typ 1. Das heißt, wenn du Produkte, nicht nur meine Produkte, sondern auch andere Produkte suchst, dann stelle sicher, dass sie wirklich die eigene Kollagenproduktion in deiner Haut unterstützen. Weil das ist das, was wir ankurbeln wollen. Das ist die beste Form. Weil generell gesprochen ist Kollagen ein großes Molekül. Und du weißt, je größer die Moleküle, desto schwieriger ist es, die in die Haut zu bekommen. Jetzt ist es so, dass ich ganz vergessen habe, das Set zu zeigen. Und dann erkläre ich euch gleich, wieso Kollagen so clever ist, wenn du eine Kollagenform hast, wie bei unseren Kollagen-Tablettchen hier, die haben 600 Milligramm Kollagen. Und das ist ein Kollagen, was klein gebrochen worden ist, damit dein Körper es wirklich verwenden kann, um Kollagen zu produzieren. Und das ist das absolut Wichtigste, wenn du Kollagenprodukte kaufst, ein runtergebrochenes Kollagen zu haben, was hydrolysiert worden ist, damit dein Körper daraus Kollagen bauen kann. Für eine straffere Haut, für ein besseres Bindegewebe, für einfach ein besseres Aussehen, weil von innen und von außen hilft es am meisten. Es ist so ein großes Set, dass es kaum in meine Hand passt. Es ist einmal die Tageskiln von Kollagen aktiv. Es ist gleichzeitig übrigens auch unsere Kollagen-Tablettchen, die zeige ich euch. Dann kommt das Kollagen-Serum noch dazu, Serum-Konzentrat. Konzentrate extrem wichtig für deine Haut, weil sie tiefer eindringen, weil sie stärker konzentriert sind. Ist übrigens veganes Kollagen, was wir hier verwenden. Also ich sage mal vegane Aminosäuren. Und gleichzeitig unser Kollagen aktiv, das nennt sich Augenmaske, ist aber eine Augencreme. Und eine Maske deswegen, weil es intensiver als eine Augencreme ist. Ich trage es auch gleich nochmal auf. Also, du bekommst eins, zwei, drei, ich kann sie gar nicht alle halten, vier Produkte. Und zahlst aber, ich glaube drei. Weil, wenn man alles zusammenrechnet, wie waren das nochmal? Ich kann mir Preise nicht gut merken. Ich bin froh, dass es mir ein Set merken kann, weil es so viele Sachen sind. Ich glaube 53 Euro circa, wenn du alles einzeln bestellst. Und ihr kriegt es heute für 39,90? Not sure? Ja? Ja, okay. Gott sei Dank, habe ich es mir gemerkt. 39,90. Und das heißt, ein Produkt ist quasi gratis mit dabei. Vielleicht das Kollagen-Serum. Und wie wendest du es an? Und warum Kollagen von außen und Kollagen von innen? Ich kann mich erinnern, vor ungefähr zehn Jahren waren wir in New York. Da gibt es eine ganz besondere Messe. Da geht es um Wirkstoffe und um neueste Erkenntnisse. Nicht nur in der Kosmetik, sondern auch in der Nahrungsergänzung. Und Nahrungsergänzung finde ich wahnsinnig interessant. Und die haben eine Studie gemacht, wo man sieht, also die Probanden verwenden Kollagen-Produkte, aber sie verwenden gleichzeitig Kollagen von innen. Das gleiche mit Vitamin C. Und übrigens, Vitamin C ist hier auch drin, weil Vitamin C ist sehr wichtig bei der Bildung von Kollagen für deinen Körper. Deswegen ist es hier stark konzentriert auch nochmal drin. Und du siehst, dass exponentiell die Probanden, die von innen etwas tun, sie einen viel, viel schnelleren Effekt haben. Und das finde ich total interessant. Und wir haben immer gesagt, Mensch, eigentlich musst du ein Paket schnüren, wo die Kundin wirklich alles bekommt. Dass sie zu ihrer Pflege fantastisch auch noch ihr Kollagen in Tablettenform verwenden kann. Meine Lieben, die Zeit ist schon vorbei. Zeigt mir mein Team hier hinten an. Ich könnte ewig weitermachen. Ich würde euch so gerne noch ein paar mehr Fragen beantworten. Ich zeige mal ganz kurz. So kommt es luftdicht verschlossen zu euch nach Hause. Und so sehen die Tabletten aus. Und die kann man ganz einfach nehmen. 600 Milligramm Kollagen, also sehr hochkonzentriert, und das Kollagen, wie gesagt, klein gebrochen, also hydrolysiert, dass dein Körper daraus auch was bauen kann für ein festeres Bindegewebe. Ich hoffe, ich konnte die meisten eurer Fragen beantworten. Wer aber sagt, ich bin hier zu kurz gekommen, ich habe noch ganz spezifische Fragen, stellt mir eure Fragen. Mein Team ist für euch da. Ich werde das öfter für euch machen, diese kleinen Infos, eine Viertelstunde, kurz über gewisse Themen sprechen. Ich hoffe sehr, dass ich euch helfen konnte, euch vielleicht ein bisschen, sagen wir mal, ein paar Ideen, wie man besser abnehmen, wie man sich besser pflegen kann. Ich finde Kollagen vom Sommer wahnsinnig wichtig. Einfach aus dem Grund, dass, die erinnern mich dran, dass ich um 20 Uhr Sendung habe, mein Team ist nett, ich weiß, ich weiß, ich setze mich jetzt gleich ins Auto. Kein Problem. Ach, ich quatsche mich schon wieder fest. Eine Frau, ein Wörterbuch, was soll ich sagen? Genau, also, to make a long story short, es war super schön, euch zu sehen. Stellt mir eure Fragen weiterhin, und wir sehen uns bald hier wieder. Und liebe Grüße auch an alle, die auf Facebook und Instagram zugeschaut haben. Und ich wünsche euch was. Passt gut auf euch auf, vor allem in den jetzigen Zeiten. And go, girl, go. Much love, eure Judith. Und nicht vergessen, übrigens Let's Dance Kids anschauen. Auf TV now, da ist unsere Kleine dabei. Das Kind in der Familie, das gar nicht tanzt, macht Let's Dance Kids. Ich weiß nicht, das Leben ist crazy. So, so funny, aber sie macht das ganz toll. Also, dickes Bussi an euch alle. Wir sehen uns um 20 Uhr, wenn ihr Lust habt, auf HSE. Ja.